Hatschi-Hatschi-Poo! Hatschi-Hatschi-Poo! Es funztiert! Es funztilliert! Es funztilliert! Es funztilliert! Funktioniert! Da seid ihr da aber nicht so sicher! Funktioniert! Hatschi-Hatschi-Poo! Das können wir's doch nicht machen, Herr Leder! Sie haben doch gesagt, dass ich mindestens noch ein halbes Jahr Zeit hab! Wir kämpfen und dann muszen wir alle ab! Kämpf! Du benimmst dich wie ein Mensch! Wir lassen es nicht zu! Wir lassen es nicht zu! Wir lassen es nicht zu! Halt! Ich protestiere! Ich protestiere gegen die sinnlose Zerstörung der Natur! Wir müssen raus! Hilfe! Ach! Fahr doch endlich! Ich kann doch gar nicht fahren! Was hast du denn wieder angestellt? Weißt du, es gibt Dinge im Leben, damit muss ein Mann alleine fertig werden! Ha 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 ha! Ha ha ha! Na achi- puu! Wie schaut's denn hier aus? Jetzt ist die Zeit der Weinstadt! Hachipuu! 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 Demnächst im Kino. Und die Hörspielgeschichten von Hachipuu gibt's schon jetzt auf Kassetten von CBS. Hachipuu!